und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen ihr freundes gepflegten klembau steinbaus heute habe ich mal wieder ein set von sluban und vor allem aus dem 200 euro convolut für euch mitgebracht dieses mal ohne abstimmung aber wenn dieses video veröffentlicht wird kommt jetzt wieder eine abstimmung online für das nächste samstags video und jetzt ist es soweit jetzt stehen auch die ganz großen sets zur auswahl also geht fleißig rüber und stimmt dort ab welches set ihr in der review zum nächsten samstag sehen wollt das hier ist ein nettes kleines zwischenset um das convolut weiter zu erkunden und vor allem haben wir hier eine besonderheit denn dieses sluban set ist leicht anders geprintet auch in deutschland bzw der dachregion aufgetaucht aber in dieser version hier nicht es handelt sich um die m38 b03 05 die setnummer ist auch bei dem deutschen set gleich aber hier läuft es unter der land to forces reihe und bei dem was in deutschland vertreten war lief es unter der army serie und ein großer unterschied sind die minifiguren denn in den sets die bei uns hier vertreten sind und auch momentan noch auf ebay angeboten werden haben wir nicht diese gelbfarbigen minifiguren sondern diese haben wir hier in diesem land to forces set und warum diese figuren natürlich noch einmal mehr problematisch waren für die ganze lego design schutz sache liegt glaube ich auf der hand auf jeden fall handelt es sich hier um den k1 panzer und wie gesagt er ist in unserer version sage ich mal mit den anderen minifiguren auch immer noch für 26 euro auf amazon erhältlich deshalb bin ich natürlich sehr gespannt wie das set hier performt denn für dieses set könnte es dann in der leicht anderen form auch eine kaufempfehlung geben wenn dieses set hier überzeugt was mich von anfang an leider nicht so sehr überzeugt ist der karton wir haben hier eine sehr sehr dünne pappe ich meine lego kartons sind ja schon sehr dünn aber der ist noch mal ein stückchen dünner aber dafür ist die druckqualität wirklich in ordnung das sieht gut aus die oberseite ist dann größtenteils designfrei auch auf der rechten seite gibt es keine überraschungen die linke seite sieht genauso aus wie die rechte also sparen wir uns die mal auf der rückseite sehen wir dann den panzer noch mal aus zwei verschiedenen winkeln es fällt natürlich direkt auf wir haben hier bei diesen frühen sluwan panzern keine kettenglieder sondern das sind gummies die aufgezogen werden bin ich sehr gespannt ob die dann gut laufen ihr seht hier auch die fünf enthaltenen figuren da bin ich sehr gespannt ob wirklich alle dabei sind ihr habt ja bei der alten kobe review den kauderwelsch in dem konvolut gesehen ich lasse mich da einfach mal überraschen und insgesamt wird der panzer am ende 24,5 cm lang laut der verpackung viel mehr interessantes gibt es gar nicht zu sehen deshalb mache ich das ganze auf und wir schauen uns zusammen die steine und die anleitung an die anleitung und die steine sind auf jeden fall schon mal im karton gewesen bei den figuren hat leider eine gefehlt das ist aber in dem moment nicht kriegsentscheidend wir haben vier von fünf figuren ich denke das wird bereichen um uns einen eindruck von den figuren zu machen und davon abgesehen wie gesagt hier sind noch 20 andere kartons wo die figur drin rumfliegen könnte die anleitung ist auf jeden fall klammer gebunden wir haben diese art kalenderform die papierqualität ist gut auch die druckqualität ist völlig in ordnung es wird verblasst dargestellt was schon gebaut wurde und was neu gebaut wird wird in vollfarbe dargestellt es werden auf jeden fall ein paar mehr steinchen pro bauschritt verbaut das gefällt mir schon mal deutlich besser als bei den meisten heutigen anleitungen des marktführers und auch vielen anderen herstellern die wirklich nur zwei steine pro bauschritt verbauen und insgesamt haben wir 34 bauschritte bis der panzer dann fertig gebaut ist zugegebenermaßen finde ich es merkwürdig dass sie das dann nicht hier in farbe dargestellt haben sondern vollkommen verblasst aber auch das ist nicht kriegsentscheidend man wird das set trotzdem zusammenbauen können eine title liste gibt es leider in der anleitung nicht auf der rückseite haben wir noch mal genau die rückseite des kartons das ist also nicht allzu interessant dementsprechend schauen wir uns doch jetzt noch die teile an und hier seht ihr auch schon mal einen steinehaufen wir haben auch hier ein paar formteile dabei einmal diese zwei teile um dann natürlich den turm drehbar zu befestigen dann haben wir dieses panzerrohr wir haben diese elemente und wir haben auch besondere scharniere wie hier einmal ich gehe davon aus um das panzerrohr zu befestigen und dann haben wir noch diese art von scharnieren die befestigung der laufrollen ist leider sehr sehr anfällig also ich habe auch die rollen gar nicht mehr abgezogen denn diese verbindung hier scheint sehr sehr leicht zu brechen und auch ganz ohne mein zutun ist das schon bei einem stein passiert hier muss dann leider die flüssig noppe ran um das zu richten hier muss man sagen es sind natürlich alte steine und ich weiß nicht wie mit diesen stein umgegangen wurde bevor ich sie bekommen habe aber das ist schon sehr schade dass hier wirklich bei einem drittel der rollen das ganze kurz vorm abbrechen ist und bei diesem hier ja sogar schon abgebrochen war und auf diesen rollen sollen dann später diese gummies hier laufen ich finde die idee an sich sehr interessant bin sehr gespannt ob das ganze ordentlich läuft am ende um das und die weitere steine qualität noch rauszufinden müssen wir natürlich erst etwas bauen und dementsprechend fange ich jetzt an zu bauen klebe noch schnell die plate modified und dann sehen wir uns gleich nach den ersten wichtigen bauschritten wieder fünf bauschritte sind nun vorüber gegangen und wir sind so weit gekommen ich möchte aber noch gar nicht unbedingt auf das modell und den bau eingehen sondern jetzt ist der moment wo wir das geklebte teil wieder benötigen und ich wurde ja schon öfter gefragt mit was ich eigentlich in solchen notfällen die teile klebe auch wenn natürlich austauschen und erst gar nicht kleben müssen immer das maximum wäre und es gibt ja sehr sehr viele leute die sekunden kleber nehmen um klemmer steine zu kleben wenn sie so einen notfall haben meiner meinung nach gibt es da zwei sachen die dagegen sprechen einmal die verwendung denn ich finde man kann die nicht so schön dosieren und das zweite ist man braucht ja nicht so oft den kleber wenn man mit klemmer stein hantiert sondern nur ein notfall die flüssig noppe und deshalb ist es dann immer schade dass die sekundenkleber sehr sehr schnell aushärtet wenn er einmal offen ist die besten resultate erziele ich immer mit einem anderen kleber und zwar würde ich dafür irgendeinen modellbau kleber empfehlen der immer mit einem dünnen pinsel geliefert wird ich habe zum beispiel und das ist jetzt keine produktplatzierung aber irgendwo doch eine empfehlung weil ich ihn sehr sehr gerne selbst nutze den tamir extra fin bei diesem kleber hat man immer so einen kleinen pinsel um das aufzutragen und das lässt sich einfach viel viel besser verarbeiten und dosieren das ist vor allen dingen ein modellbau kleber und der vorteil an diesen klebern ist dass sie einfach nicht austrocknen also dieser kleber hier stammt bei mir selbst aus der modellbau zeit noch und ich möchte euch jetzt keinen quatsch erzählen aber diese flasche ist bestimmt zehn bis zwölf jahre alt und trotzdem funktioniert es immer noch einwandfrei und man kann damit sehr sehr gut die teile kleben und am ende ist das ganze wieder absolut stabil und lässt sich perfekt verbauen genau das mache ich jetzt aber den kleinen exkurs wollte ich euch noch mal mitgeben weil ich wie gesagt doch hin und wieder mal gefragt wurde wenn ich die flüssig knoppe erwähnt habe was ich da empfehlen würde ein bau schritt später haben wir jetzt die panzerwanne und das laufwerk vervollständigt und das ganze funktioniert halbwegs so richtig gut dreht es sich nicht auf dem tisch bewegt es sich sporadisch mal mit aber auch nicht so wirklich und das problem an diesen gummis ist dass sie nicht unbedingt durch mehr grip zum beispiel auf einem teppich besser laufen ich für mein teil denke diese gummis sind hier zu eng gespannt das kann natürlich auch am alter liegen ich meine ich bin ja auch einer der beim bauen von den kettenteilen nicht die größte freude verspürt deshalb ist das durchaus eine interessante alternative für mich gewesen aber gerade für realistisch wirkendere panzer ist das meiner meinung nach keine gute alternative dieser panzer hat jetzt natürlich nicht den anspruch super realistisch zu wirken deshalb finde ich das als lösung absolut in ordnung bevorzuge aber auf jeden fall weiterhin die gliederketten wie wir sie jetzt momentan eigentlich als standard haben die steinequalität das wird jetzt einigen sluban fans wehtun denn ich muss sagen diese steinequalität ist wirklich wirklich grottig wie die steine natürlich im neuzustand waren lässt sich jetzt nicht mehr sagen aber es lässt sich hier schon sagen dass die steine in einem deutlich schlechteren zustand sind als die von dem kobe set aus 2011 und es kommt ja auch noch vom selben vorbesitzer das heißt die lagerbedingungen werden hier relativ ähnlich gewesen sein so etwas wie gebrochene steine hatte ich zum beispiel bei dem kobe set aus 2012 gar nicht aber hier sind auch filigranere steine dabei gewesen die dafür natürlich anfälliger sind generell fühlen sich die steine aber so an als haben sie sehr sehr schlecht gealtert wir haben eine sehr schwankende steinequalität und auch klemmkraft manche steine halten so gut wie nicht manche muss man so richtig drauf pressen man hat bei dem bau immer so ein unangenehmes knarzen als wollen die steine gar nicht mehr so richtig miteinander und das fühlt sich einfach wirklich nicht gut an das kann man sluban heutzutage natürlich nicht mehr anlasten aber es fällt hier schon auf dass die steine deutlich deutlich schlechter gealtert sind als bei dem alten kobe set was ich schon in der hand hatte und auch bei einem alten kasi set was ich auch schon angebaut habe aus dem konvolut das ist natürlich sehr sehr schade und ich finde es auch immer doof wenn ich über steine so hart urteilen muss aber mir bleibt da nichts anderes übrig ich sage euch hier uneingeschränkt die wahrheit und wie ich es empfinde ich hoffe dass die restliche konstruktion von dem panzer und die figuren das nochmal für mich etwas rausreißen können denn bisher muss ich zugeben ist es nicht unbedingt der spaßigste bau wir sehen uns auf jeden fall gleich mit dem fertigen panzer wieder also ich bin ehrlich ich habe ein bisschen gemischte gefühle gerade weil ich bin mir ziemlich sicher dass ich mit diesem video hier vielleicht dem ein oder anderen slubanfälle in meiner community von denen ich weiß dass ich sie habe auf den schlips treten werde aber da sind wir wieder an dem punkt wo ich die wahrheit sagen muss denn ich möchte nicht das erzählen von dem ich denke dass irgendwelche leute es von mir hören wollen sondern ich möchte das erzählen was ich wirklich erlebt habe und dabei immer die wahrheit sagen und da muss ich einfach sagen dass dieses set hier echt nicht gut abgeschnitten hat und ich muss immer wieder sagen das hat nichts mit heutigen sluban zu tun das ist der erste punkt und vielleicht war das set damals als es rausgekommen ist auch noch viel besser aber das set so wie es jetzt auf dem tisch steht ist leider richtig richtig enttäuschend auch wenn es vielleicht nur schlecht gealtert ist aber auch das hat dann für mich etwas mit teilequalität zu tun dass die steine auch in fünf sechs oder sieben jahren immer noch brauchbar sind so wie es kobe hinbekommen hat und man sieht bei diesem set schon auf den ersten blick es sieht wesentlich älter und retro mäßiger aus als das 2011 set von kobe was wir uns angeschaut haben das finde ich aber gar nicht schlimm denn auch retro sets haben ihren charme und auch bei diesem set finde ich dass es seinen charme hat dass man hier noch noppen sieht keine eins zu eins abbildung von irgendeinem echten panzer sondern man hat hier einfach einen panzer aus klemmbaustein gebaut ohne viel realitätsanspruch und auch das hat auf jeden fall seinen markt und die konstruktion an sich war das was mir den panzer noch halbwegs gerettet hat mir hat das hier gefallen wir haben hier sehr kompakt gebaut wir haben viele bricks gebaut und vor allem haben wir wenig luft umbaut und deshalb hat es der panzer geschafft trotz vieler vieler teile die echt keine gute klemmkraft mehr haben am ende noch stabil zu sein wäre hier noch eine etwas schlechtere konstruktion drin gewesen mit viel mehr umbauter luft dann sage ich euch das set wäre wahrscheinlich nicht mehr baubar gewesen denn ich habe es im zwischenbauschritt schon gesagt und ich muss es hier leider noch einmal bekräftigen die steine waren eine katastrophe nach den jahren es hat keinen spaß gemacht damit zu bauen denn es war bei jedem stein gefühlt ein rätselraten oder ein würfelwerfen und je nachdem was rausgekommen ist hat man die steine kaum verbauen können weil sie richtig knatschig waren und man sie richtig aufeinander hämmern musste damit man sie überhaupt noch verbauen konnte oder dass man den stein aufgesetzt hat danach das set hätte drehen können und der stein wäre abgefallen das glück von dem set ist stand jetzt bei den steinen die so schlimm waren die wurden noch einmal umbaut so dass am ende wie gesagt das set hält aber bauspaß gab es so natürlich nicht und die steine sind auch wenn man ehrlich ist nicht mehr für andere sets verwendbar also wie gesagt aussehensmäßig hat es aus einer retro perspektive durchaus noch seinen charme die steine sind eine absolute katastrophe und funktionsmäßig haben wir das fahren das mit den gummies sehr eingeschränkt funktioniert da haben wir auch im zwischenbauschritt drüber gesprochen dann können wir den turm drehen so richtig gut fühlt sich das aber auch nicht an denn das ist hier alles sehr sehr wackelig und sehr sehr leichtgängig und einfach schon fast zu leichtgängig weil man das set eigentlich nicht tragen kann ohne dass der turm wild in der gegend rum wackelt dann haben wir noch das verstellbare geschütz das funktioniert den umständen entsprechend gut und wir können hier vorne noch eine klappe öffnen genauso wie beim geschützturm wo wir auch diese zwei hier öffnen können und dann am ende figuren in das set stellen können die funktionen sind völlig in ordnung für einen panzer von dieser größe aber wie gesagt als altes set konnte der mich jetzt leider nicht überzeugen dann haben wir aber noch die gelben sluvan figuren im set das lego diese in europa nicht mehr so zulassen würde ist denke ich jedem klar aber die sehen unter dem retro design aspekt wirklich ganz gut aus sie sind jeweils auf der brust bedruckt arme beine und rücken sind nicht bedruckt und eigentlich hätte noch jeder von diesen kollegen irgendeine bewaffnung oder ausrüstung dabei die jetzt in dem set nicht mehr beilag dadurch kommen aber die figuren wahrscheinlich sogar noch besser weg denn die klemmkraft in den händen ist bei den figuren absolut passé also ihr seht ja wie viel spiel hier drin ist und das ist übrigens auch egal welche figuren das ist bei allen vieren so die gliedmaßen lassen sich noch alle halbwegs in ordnung bewegen auch hier haben wir eine mischung zwischen sehr sehr leichtgängig und recht schwergängig aber wer auf retro figuren steht die man so auf dem markt nicht mehr sehen würde der ist hier durchaus noch richtig das fazit fällt also zu diesem set leider recht böse aus auch wenn es gar nicht böse gemeint ist das einzige was an diesem set wirklich noch gut war war sein retro charme und ganz nett war die konstruktion der rest hat mir leider überhaupt nicht gefallen und das ist der schade denn am liebsten gehe ich positiv aus einem video raus und empfehle euch ein set wenn ich damit auch spaß hatte aber ich kann euch in diesem fall nicht mal aus retro aspekten empfehlen dieses set zu kaufen denn ich hatte damit mehr ärger als spaß und das ist natürlich nicht das ziel ich weiß ich habe viele experten was spritzguss oder plastik angeht unten in den kommentaren und gerade da würde es mich mal interessieren ob das schlechte altern dieser steine hier an einem billigeren material liegt oder an einem schlechteren material schreibt mir das mal gerne in die kommentare denn der unterschied zwischen diesem set und dem kobe set ist einfach so enorm dass man ihn fast nicht in worte fassen kann dennoch hat sich slooban verbessert und wir schauen uns natürlich auch wieder neuere slooban sets an und wir schauen uns auch die anderen retro slooban sets noch an ob diese am ende besser weg kommen ich gebe diesen sets natürlich trotzdem die chance aber ganz explizit diese version der m38 b0305 kann ich euch nicht empfehlen wenn ihr natürlich dieses set selber besitzt dann schreibt immer gerne eure meinung dazu in die kommentare und wenn euch das video gefallen hat lasst gerne daumen nach oben und ein abo daumen in zukunft nichts mehr zu verpassen guckt vor allem in die abstimmung im mitgliederbereich und stimmt dort für euer wunsch großes setup ich wünsche euch noch einen wunderschönen tag haut rein euer wedi prick music 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 Bis zum nächsten Mal.